Musik Wunderschönen guten Abend, willkommen zu einer Runde Golf with your friends. Weil ich keine Freunde habe, sind heute mit dabei der Herr Hannes. Hallo. Und der Random. Hallo. Wir sind hier im Ancient unterwegs, Loch 1, und es gibt Power-Ups, wie man sich hier so sammeln kann. Erster. Ich werde mir auch eins mitnehmen. I, du hast eine Schleim hinterlassen, was denn da los? Ja, ich habe so sehr rumgeschleimt. Offensichtlich. Ich habe noch nie mitgespielt. Dann kann ich damit selber behindern, das ist interessant. Ah, okay, und Leertaste ist aktivieren. Gut. Ist natürlich für mich erstmal so eine kleine Testphase. Du hättest mal dagegen fahren sollen, was dann passiert, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich bleibe kleben, aber es bremst nur ein bisschen. Was hast du denn eigentlich alles an Sonderregeln eingestellt, Random? Ähm, Kollisionen und Springen, damit es mit den Power-Ups klappt, weil ich glaube, sonst haut es mit dem Double-Jump nicht hin und die spawnen irgendwie gar nicht. Okay. Ich schaffe dieses Loch nicht. Hast du noch ein bisschen Zeit? Du hast es schön, weil keine Schläge mehr. Ach, doch. Man möchte, dass ich Ancient nie gespielt habe. Ich glaube, das liegt nicht daran. Nein, deswegen wohne ich wohl ins Breiter. Ja, weil ich einfach noch schlechter bin. Du bist im Loch drin. Ja, das ist das Erste. Das ist schwierig. Guck mal, wir leiten dich auch mit Licht. Ich meine, du siehst es nicht, aber hier ist Party. Ja, ich mache es zu schwach oder zu stark. Wow. Mehr Möglichkeiten gibt es auch nicht. Ansonsten wärst du schon drin. Verrückt. Oh, man sieht auch, welches Item du hast. Ich glaube, es war, hatte. Vorhin, ja. Wer halte ich in meinen Power ab, jetzt wie die Runde ist, will ich wissen. Nein, doch, oder? Hast du es noch? Ih, du sagst, hast mich hier vollgekackt. Was soll das denn? Damit du nicht wegkommst. Nein, wir haben es bohren. Guck mal, jetzt stehst du drin. Nein! Verdammt. Okay, aber es gibt wirklich eine Freecam jetzt. Das ist interessant. Wie? Drück 10, dann hast du 15 Sekunden Freecam. Was ist denn eigentlich der klassische Sprung? Wahrscheinlich Maus 2, oder? Ähm, Maus 1, glaube ich, sogar. Wenn du einen Double Jump machst, dann hast du auch mit Leertaste. Eigentlich sollte das egal sein, ob der Sprung an ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja noch gleich nochmal aus nach der Runde. Wenn ich den Sprung ausmache. Das ist ein bisschen Ausprobierrunde hier aktuell. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch ein Early Access Spiel. Wer holt sich da links? Wer hat die Eier holt sich da links? Eines der Items? Wow. Oh, shit, ich kann wieder hochspringen. Dann war ich mit dem Spawn. Cool. Okay, erstmal Freecam. Wo ist denn hier das Ziel? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein, 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 bleib stehen. Pause. Das gilt nicht. Spielpause. Spielpause. Komm, ich... Oh. Jetzt muss ich da... Jawohl. Ja. Okay. Nein, ich will nicht hier hin. Hier komme ich nicht weg. Ja, okay, müssen wir halt anders spielen. Gude, hey Hannes. Nein, oh, da will ich gar nicht runter. Alles gut. Ach, was war das gerade? Wie viele verschiedene Items gibt es denn? Genau, zwei. Hatte ich zwei. Also, es gibt... Honeytrap und Doublesprung, oder was? Jo. Ah, das ist ja jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Wow. Also, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie noch eine Rakete oder so, mit einer anderen abschießen oder so. Flieg, Hannes. Ich weiß schon, dass das gegen mich hasst. Ach, verdammt. Ich war zu stark. Ja, so ein Mario Kart in Golf Form, hätte ich nichts dagegen. Mann. Hä, was passiert hier? Ist doch ein Betrug. Fliegs. Ich fühle mich leicht verarscht. Nur leicht? Minimal. Jetzt gehe ich mir hier mal lieber ins Ziel. Bevor ich komme, oder was? Ja, er kam eben schon, hey Hannes, so nah habe ich ein bisschen... ...angst. Was? Ich hole nahe, wie geht das? Na, schau, wie du rumdrehst. Ich bin stolz auf mich. Ah, ist auch genug Zeit anzugreifen. Okay, ich glaube, wir müssen hier Wasser entlang. Oder auch nicht. Ach, schade. Ach, random versucht es so. Hä? Standbild? Okay. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Wenn es nicht klappt, war es das Standbild. Nicht so laut. Komm schon. Spring weiter. Spring weiter. Ich will ja noch runter. Spring weiter. Ja, okay. Es wird nichts. So, jetzt holen wir hier mal ganz kurz ein bisschen auf. Ich bin zu unfähig für diese Map. Nein! Okay. Zurückarbeiten, zurückspringen. Nee, es wird nichts. Ah, vielleicht kann ich mich noch hocharbeiten. Komm schon. Aufs Platz und dann... Das sieht ziemlich lustig aus, was ihr beide da tut. Oh, jetzt nicht mehr. Du stehst ein bisschen vor mir. Ein wenig, ja? Oh, wie ärgerlich aber auch. Flieg! Ja, komm! Ach, schade. Das wäre halt sau gut gewesen, weil dadurch hätte ich nämlich keinen Schlag gemacht und wäre rübergekommen. Moment, warte, sei Hannes. Bin ich... Fuck. War der Plan. Ich schaffe das auch noch mit dem Schlag, pass auf. Ah, nee, ich flieg vorbei. Schade. Wasser ist unnötig, Leute. Ganz klar. Einfach so rein. Aua. Der bewegt sich, so wie er sich bewegt und wie er die Spur, der sich hält, sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Spermium. Oder nicht? Doch, minimal. Ich meine ja nur. Wie? Ich meine, wir sind alt genug, wir können drüber reden. Mit Wolfskopf. Das sieht halt so aus. Wie sehr hat das denn der Random Typ verkackt? Äh, ziemlich. Sehr schön. So ein bisschen angegriffen wieder. Wir sind wieder in Führung. Alles wieder beim Alten. Nein. Der Double Jump hat mich hier gerade so gerettet. Ich habe, glaube ich, nicht einen Hold'n-One. Verdammt. Ja. Nee, ich packe es nicht. Ach, Mann. Okay, man kann auch zu hoch springen, offensichtlich. Ich glaube, man kann relativ viel in diesem Spiel. Natürlich. Verdammt. Das ist ja Zeit. Und Schläge. Das ist ja viele Schläge. Ach, was. Komm wieder zurück. Na ja, gut. Den brauchen wir noch. Aber es ist relativ eng. Nur Herr Hannes hängt ein bisschen hinterher. Kann das sein? Ich habe Startschwierigkeiten mit der Elf. Aber sonst, langsam komme ich rein. Ich bin zuerst schon wieder meine Freak. Komm schon. Oha. Dann müllte ich uns alles zu. Ich merke schon. Ja, ich musste mal. Verdammt. Deswegen auch die Elbe. Ich kriege das nicht gebacken. Von daher. Ich bin zu nah am Loch dran. Um da einen Sprung zu machen. Verdammt. Das hätte ja hinhauen können. Schade. Wo kommst du denn her, Hannes? Ja, aus dem Loch da hinten. Ich glaube, ich hätte zurückspielen können, dich Idiot. Naja. Uh. Ich rufe halt immer erst die Map an, damit ich weiß, wo ich hier arbeiten muss. Pudel. Das werde ich erstmal einmal erkunden. Okay. Na, das ist schon mal nicht so schön. Weil, Hannes, du lebst noch. Ja, easy. Ich nutze die Sprünge noch nicht so. Schön, dass du... Ich nutze die Sprünge. Wie bist du da hängen geblieben? Du hättest rausfliegen müssen. Ja gut, das hätte mich keinen Schlag gekostet, also von daher. Was wolltest du, Herr Hannes? Wie, ja, ob ihr springt oder nicht. Manchmal schon, ja. Oh. Da hast du schon halb reingeguckt. Das war ärgerlich. Naja, passiert. Die Map geht noch ein bisschen. Meine Hoffnung. Die Map finde ich so scheiße. Mit der... Oh, man kann da reinspringen. Okay, gut zu wissen. Ja, da hinten das... Dieses random Ding mit... Ich spring zweimal rein. Ich fand die Aussicht gut. Okay, wir machen es so. Ich finde dieses... Dieser random Aspekt da vorne. Du musst Glück haben. Richtiges Timing haben. Du musst die Kraft aber auch haben, sonst kommst du nicht vorwärts. Das war daran, dass bitte Glück, Leute. Das war ein Versuch und gleich oben. Okay, spring zurück. Nö, wir funktionieren jetzt auch nicht. Lasst euch Zeit. Das ist doch scheiße. Ich hasse die Wahn. Hey, was macht ihr denn? Ich hasse die Wahn. Ich hasse die Wahn. Hä? Ach so, diese Ventilator funktioniert nicht, oder wie? Ja. Okay. Was ist bei mir? Das hat so super geklappt. Ja, doch. So, und jetzt roll ich nicht runter, bitte. Bleib stehen. Roll weiter. Oh. Ich könnte so viel springen. Immer wieder linke Maustaste drücken. Verdammt. Jetzt hat er ein bisschen Vorsprung rausgehauen. Verdammt, ich wollte eigentlich da noch reinspringen. Der Double Jam ist aber super nützlich. Ich bekomme den nicht. Ich bekomme immer nur Honig. Nein. Ich war zu stark. Hey, Hannes, willst du mich da mal reinschieben? Ich habe hier noch andere Schwierigkeiten. Ich bin gerade gar nicht so in deiner Richtung. Nein, halt nicht. Einfach ein pares Pack. Ich bin jetzt da, du wirst mich reinschieben sollen. Jawoll. Du blöd Jump. Was ist das für eine Kack-Map hier? Natürlich fahr ich runter. Doing, doing. Komm. Ach, verdammt. Nein, jetzt hat er mir die Honey Trap gegeben. Oh. Also man sollte nicht, wenn man ein Item hat, wieder über ein anderes Item drüber fahren. Ach, dann überschreibt das die, oder was? Ja. Also mir hat er das gerade überschrieben. Ein Double Jump wurde jetzt zu einem Honig. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich es nutze, der wieder da ist. Ich bezweifle es. Guck mal, du kannst noch ein bisschen Zeit lassen, Random Typ. Ich finde das ganz gut. Ich habe das jetzt noch nicht mal einen Double Jump gehabt in dem Spiel. Ich habe immer nur die Honey Trap bekommen. Ich habe nur drei Mal so lange gebraucht wie du. Ich habe jetzt in der Luft geschissen. Was? Ist da hoffentlich... Wie? Man kann hier hoch? Oh. Dann weiterkomme ich nicht. Hallo, Herr Hannes. Hallo. Hm, mir geht es noch zweiter. Es gefällt mir nicht, dass da Random da so lauert. Was meinst du denn? Weiß noch nicht. Hi, Hannes. Wollte mal hallo sagen. Hey, Hannes. Wow. Du Sack. Wenn du schon Angst vor Random hast, dann muss ich ja helfen. Ich lag so gut da. Das ist Karma. Das ist okay. Da machst du doch nochmal, komm. Vielleicht schlagst du mich noch weg. Das schaffst du. Oh. Ja, trotzdem hast du mich überholt jetzt. Los. Flieg und Sieg. Bisschen Honig auf den Weg. Ist mir egal. Warum ist Honig auf den Weg? Warum hänge ich eigentlich in der Röhre fest? Was ist mit der Röhre falsch? Ich weiß das nicht. Jetzt roll ich zurück. Ich hoffe, ich kann nicht aus der Röhre rausrollen. Da ist noch ein Beschleunigungsding. Oh. Oh. Du. Bleibst du überhaupt irgendwann noch stehen? Oder timest du jetzt aus? Du bist ja gerade so ein bisschen im Nirvana irgendwie. Ich glaube, du bleibst stehen, oder? Nö, ich bewege mich noch. Mühsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Bleib ich stehen. Nice. Immerhin. Wow. Tolle Map. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Das ist von eigener Kraft. Oh, da ist okay. Da ist ein Power. Ihr habt hier unfaire Erfahrungen. Ach so. Ich gewinne das noch. Ich glaube an mich. Da kommen noch Maps, also. Ich gehe links rum, wenn ihr alle rechts sein wollt. Das haben wir doch Secret Settler gelernt, dachte ich. Na toll. Ich kriege mit dem ersten Item ein wunderschöneren Double Jump, um dann halt in ein zweiter Item reinzukommen und damit wieder eine Honey Trap zu holen. Schmier, schmier. Flotsch. Hallo. Das war ich nicht. Ach so, Herr Hannes ist hierher gekommen. Das war ich nicht, Herr Hannes. Hannes. Bleib stehen. Danke. Der kriegt sein Hole in One. Immer wieder gern. Hole in One. Nenn dir's Hole in One. Ah, du hast schon vorher geschlagen. Okay, dann nicht. Bei mir steht noch Hole in Zero. Okay. Mal ein Hole in Four. Bin ich dabei. Verdammt. Ja, jetzt wäre es in die Rechten hier. Jetzt muss ich dir alleine rechts sein, oder wie? Verdammt, ich kriege den Sprung nicht gebacken. Ich versuche es halt trotzdem. Na also. Jetzt bleibe ich mit meinem eigenen Honig hängen. Na super. Jetzt starte ich mit meinem eigenen Honig. Scheiße, ich habe keinen Bock da jetzt zu schlagen. Okay, jetzt ist ein random Typ weg. Doch nicht. Ah, ne, jetzt war noch Hannes weg. Ich bin zu unfähig, darüber zu kommen. Bleib stehen. Hi. Hallo. Ach, Mann. Das war gerade nicht mehr als ein Schlag. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, okay. So kann ich darüber nachdenken. Ich bin out of strokes. Du bist out of strokes. Jupp. Komm, kriegen lasst dir Zeit. Easy. Ja, alles. Lass halt aus. Blut. Easy. Was könnt ihr denn schon, ihr Lutscher? Nix anscheinend. Verlieren. Relativ gut sogar. Uh, wurdest du zermatscht? Kann das sein? Ne, da musst du dich gehört haben. Hä? What the fuck? Da war gar nichts. Verdammt. War zu langsam. Okay, was ist besser? Ich glaube, der Weg obenrum ist besser. Glaub ich mir. Geht nicht wegschlagen. Verdammt. Auf geht's. Nochmal. Im Flug. Naja, nicht ganz. Ah, ich kam noch mit paar Ahnen. Vorsprung ist auch diesen. Und nur noch zwei Bahnen. Die letzten Bahnen gingen irgendwie sauschnell. Kann das sein? Mhm. Wo ist denn das Loch? Flieg durch die Gegend. Flieg und sieg. Kann es sein, dass ich gerade... Kann das was mir nicht weggeklaut? Du Assi. Oh, wie Assi. Ich habe gerade meinen Doublesprung gewastet. Obwohl ich in der Free Camera war. Nee, doch nicht. Achtung, ich komme. Erster. Ich bin zu weit geflogen. Schaffe ich es wieder hoch? Lass dir Zeit. Probier ruhig noch so ein paar Sachen aus. Ja, ich wollte den Sprung versuchen. Mit dem Power Sprung, aber... Timing war blöd. Nee, ich komme schon. Keine Sorge. Puh. Das wäre so schön gewesen, wenn er rausgeflogen wäre. Nein, das wäre doch getimed. Ich bin Profi, denk dran. Okay. Zehn Schläger Vorsprung, das kann ich gar nicht versorgen. Sag sowas nicht. Ich mache one in one and do your strokes out. Selbst dann würdest du nicht mehr gewinnen, Hannes. Ja, und? Oh, verdammt. Tschüss, tut mir leid. Das ist eine lange Map. Nein, das ist immer so heftig, dass ich da so quasi unterm Schritt an dem Typen durchfliege. Aber ich glaube, an seinem Schritt ist ein Item. Aha. Tatsächlich. Worauf du achtest. Ja. Ist mir doch egal. Wow. Da gibt er sich so Mühe. So nicht, hey, Hannes. Ach, verdammt. Ich habe gehofft, ich würde das noch kriegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Nein. Alles. Ja, was ist? Ich habe gedacht, du fliegst vielleicht noch weit genug. Naja, egal. Der Sieg ist trotzdem mein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei. Ich weiß nicht, ob wir nochmal spielen. Also wir werden schon spielen. Ob ihr es nochmal seht, weiß ich nicht. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Ciao.